Hallo, hier spricht Echo-Einheit Jack. Ihr habt beim letzten Mal nicht aufgepasst? Okay, ich halte euch auf dem Laufenden. Wir konnten die Sensorenheit reparieren. Damit konnten wir die Anomalie scannen. Aber verdammt nochmal, auf was warten wir noch? Olivia braucht unsere Hilfe. Also, los! Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Lone Echo. Und wir müssen dringend zu Olivia, die braucht unsere Hilfe. Also ab zum Fury-Transporter und schauen wir mal, was los ist. Schneller! Okay. So. Wähle dein Ziel. Captain Rhodes. Los! Feil dich, Junge! Liv ist an der Station eingeklemmt. Okay. Hilf, Liv sich von dem Laserschneider zu befreien. Oh je. Ich habe kurz losgelassen und weg war ich. Okay, Leute. Ich fliege so hin. Okay, da sind wir jetzt auch schon. Also nie im Fury-Transporter irgendwas loslassen. Oh, da ist Olivia. Ich komme, ich komme, ich komme. Hier drüben! Rettungsdienste vor Ort. Bereich wird gesäubert. Gott sei Dank, dass es dich gibt. Das hat sich einfach eingeschaltet. Keine Angst. Die automatischen Freigabe-Protokolle funktionieren nicht. Ich stecke zwischen dem Wagen und der Schiene fest. Siehst du eine Möglichkeit, mich da rauszubekommen? Ja. Nein, da nicht. Wir müssen irgendwie das Teil hier aufmachen. Warte mal, können wir scannen? Die Zugangsabdeckung. Wenn du dich durch die Bolzen schneidest, können wir einen Blick hineinwerfen. Ja, habe ich mir schon gedacht. Hing aber eben nicht. Bist du weg. Wow! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ich mach dich noch los, ich mach dich los. Ja, ja, ja. Es wird alles gut. Stationsrumpf beschädigt. Die Welle wird uns treffen, Jack. Über Heilung! Der starke Beschädigung ist sehr strukturell nicht gebeten. Scheiße! Ich kann nicht mehr wegmachen. Du hast es geschafft. Halt mich fest! Oh Scheiße! Oh Scheiße! Oh Scheiße! Wir sind am Arsch. Liv! Liv, hörst du mich? Ist alles in Ordnung? Du suchst Stationen. Liv! Wo bist du? Nichts. Neu gestartet an Bord der Station. Kein Zeichen von Liv. Suche nach Hinweisen darauf, wohin Liv ist gegangen. Ja, die... Checken wir mal kurz in Ruhe, Lottich. Annäherungsalarm. Die ganze Station ist hier... Annäherungsalarm. Annäherungsalarm. Guten Morgen, Echo One. Es ist ermutigend zu sehen, dass du dich endlich erholt hast. Hera, was ist passiert? Wo ist Liv? Die Station hat beträchtliche strukturelle Schäden durch das Trümmerfeld erlitten. Mein Programm wurde kurz nach Captain Rhodes' Aufbruch in den Ruhezustand gezwungen. Okay. Aufbruch? Wohin ist sie gegangen? Captain Rhodes hat kein spezifisches Ziel angegeben. Okay, die wäre doch nicht ohne mich weggeflogen, oder? Das kenne die Notfallbarke. Ich hasse es, warum das hier nicht funktioniert. Okay. Kommt man hier rein? Ja, hier ist alles am Arsch, würde ich sagen. Kann ich hier irgendwas machen? Fenster sind auch geschlossen, weil wahrscheinlich irgendwie die Scheiben alle kaputt sind. Also hier ist nichts mehr möglich. Okay. Komm ich hier noch rein? Nein. Jetzt hänge ich ein bisschen fest hier. Hier ging es glaube ich raus. Notfallbarke, Notfallbarke. Äh, da ist doch was. Da ist doch was. Warte mal, der muss weg. Mayday, Mayday, Titan Command, wenn sie da irgendwo sind. Hier spricht Captain Olivia Rhodes. Kronos 2 ist verloren. Ich wiederhole. Meine Station ist beschädigt. Wir wurden von einem Trümmerfeld getroffen, dessen Ursache ein unbekanntes Schiff in unserem Sektor war. Die Schäden sind verheerend. Ganz ehrlich, es ist ein Wunder, dass ich noch lebe. Ich hätte es nie geschafft, wenn Jack mich nicht befreit hätte. Aber er, er startet nicht mehr neu. Er ist verloren. Nein, ich bin neu gestartet. Ich kann nicht hier bleiben. Die Stromversorgung ist außer Betrieb. Wir haben Druck verloren und die Strahlungswerte steigen rasant an. Meine einzige Chance ist mein Glück auf dem unbekannten Schiff zu versuchen. Die Erfolgschancen sind gering. Aber wenn es eine Hoffnung gibt, dass ich auf diesem Schiff überleben könnte, muss ich es versuchen. Titan Command, wenn sie das empfangen. Verdammt, wenn... wenn irgendwer das empfängt, suchen sie nach mir. Hera, sind noch Fury-Transporter funktionsfähig? Bestätigt. Den nächsten Transporter zur Schleuse der Station umleiten. Ich werde Liv finden. Von wohin müssen wir jetzt? Hera, öffne die Türen der Aktivierungsbucht. Echo One, ich muss dich in Kenntnis setzen, dass das Verlassen der Stationen einen Verstoß gegen das Atlas-Protokoll erstellt. Ja, bla 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 bla. Die Sicherheit des Käpt'ns hat oberste Priorität, oder nicht? Bestätigt. Der Käpt'n ist in Gefahr. Es ist meine Pflicht, ihr zu helfen. Also bitte, öffne die Türen. Ich hätte es jetzt nicht so freundlich ausgedrückt, aber... Kannst du Liv Transporter orten? Negativ. Sensornetzwerk außer Betrieb. Was, wenn ich einen der Satelliten reparieren würde? Bestätigt. Ein einzelner Sensorimpuls aus einem der Satelliten wäre wahrscheinlich ausreichend. Dann ist das unser erster Halt. Neues Ziel. Repariere den... Nimm den Sensorimpuls wieder in Betrieb, sodass Hera Live finden kann. Schilde bei 50%. Okay, was geht jetzt? Hera, ich sehe den Fury. Ist der Start bereit? Negativ. Stelle gefährliche Strahlungswerte fest. Die Steuerung des Furies sind derzeit gemäß Atlas-Protokoll gesperrt. Aktiviere bitte vor dem Abflug den Strahlungsdämpfer des Transporters. Das müssen wir jetzt eine Menge wieder reparieren, bevor es weitergeht. Boah, hier ist eine riesige Strahlung am Start. Spallungsschilde bei 95%. Dämpfungsfeld aktiviert. Bestätigt. Okay, jetzt geht keine Strahlung mehr. Langstrecken-Sensor-Satellit geortet. Lege Kurs fest. Okay, finden wir unseren Ketten. Nein, ich will erst mal diesen... Lass uns noch mal kurz gucken. Genau, den Sensor-Satelliten. Schauen wir mal ganz kurz auf die Karte der Holo-Karte. Sensor-Satellit, da müssen wir doch hin. Ziel, Sensor-Satellit A2. Bereite Zündung der Schubdösen vor. Bitte warten. Loslassen ist schlecht. Haben wir eben festgestellt. Boah, ein riesiges Schiff da. Ich dachte, die Station wäre schon groß. Okay, das ist ein... Hera, es startet sich nicht. Oder wie der Herstellung des Langstrecken-Sensors müssen die Reparaturen am Satellit fertig sein. Verstanden. Hera, was sind das für ungewöhnliche Bucherungen, die den Satelliten bedecken? Unbekannt. Ich empfehle weitere Untersuchungen. Einverstanden. Beginne einen neuen Logbuch-Eintrag. Bestätigt. Dann suche die Unbekannten. Ja, mysteriösen. Substanz, okay. Ich hätte es jetzt Buchungen genannt nochmal. Okay, jetzt müssen wir schauen, was wir machen können. Okay, hat er gesehen? Seltsam. Hera, hast du das gesehen? Die Substanz scheint durch meinen Reaktiv-Cutter gereizt worden zu sein. Bestätigt. Speichere Interaktion. Scan-Daten erhalten. Bitte warten. Amino-Organische Verbindung. Intakte Peptid-Bindung. Minimale zelluläre Aktivität. Vorläufige Analyse. Inaktives Biopolymer. Ursprung unbekannt. Wartungszugang. Scheint nicht gefährlich zu sein. Zumindest nicht in seinem inaktiven Zustand. Ich empfehle die Durchführung einer visuellen Untersuchung. Batterie. Ich brauche eine Energiezelle. Ah, hat der Fiori-Transporter eine? Der hatte da immer so einen Kasten hinten dran. Da ist eine... Ist das Energie? Oh, haben wir noch genug. Wow. Okay, habt ihr gesehen? Die reagieren auf diese Batterie, glaube ich. Ich empfehle die Durchführung einer visuellen Untersuchung. Batterie eingesetzt. Der Strom weckt die unbekannte Substanz auf. Ich rate zur Vorsicht. Ich muss die Steuerung der Stromversorgung auf Reserve umschalten. Da ist noch eine Konsole. Macht mich ein bisschen nervös, das Ganze hier. Müssen wir wahrscheinlich schneiden, ne? Nein, können wir nicht schneiden. Diese Klappe wird vor dem Einsatz versiegelt. Ich muss sie aufschneiden, um an die Stromsteuerung zu gelangen. Das Blüter man immer erst irgendwie da machen muss, bevor man... Da war ich schon fast klar, dass wir die jetzt aufschneiden müssen. Das war's. Der Satellit ist jetzt voll funktionsfähig. Hera, starte bitte eine Langstrecken-Sensorabtastung nach Fury-Transportern. Bestätigt. Jetzt zur Untersuchung dieser unbekannten Substanz, die den Satelliten bedeckt. Okay, gehen wir mal hier hin. Machen wir hier runter. Beginne visuelle Begutachtung. Die Substanz besitzt eine ungleichmäßige Oberfläche sowie ein vielfältig strukturiertes Aussehen. Sie könnte organisch sein. Ihr plötzliches Auftauchen in unserem Ökosystem deutet darauf hin, dass die Substanz irgendwie in Verbindung mit dem Eintreffen des unbekannten Schiffes steht. Ich empfehle die Durchführung einer Gefahreneinschätzung. Achtung! Von Kontakt mit der Substanz in ihrem aktiven Zustand wird abgeraten. Ich empfehle die Substanz nur in ihrem inaktiven Zustand. Biomas agressiv. Beschleunigter zellulärer Metabolismus. Rhyolithische Reaktion festgestellt. Das klingt beunruhigend. Komm, wir gucken uns mal hier den Kern an. Eigenartig. Laboreinheiten sind darauf ausgelegt, eine eingeschränkte Funktionalität beizubehalten, auch wenn sich schwere Schäden erlitten haben. Sie haben sich komplett um den herum geschwungen. Aber diese Einheit scheint alle internen Funktionen eingestellt zu haben. Sie kann nicht repariert werden. Wieso Krebsgeschwüre? Das klingt beunruhigend. Hm, okay. Das violette Gitter, was ihr hier seht, das ist das Dämpfungsfeld vom Fury-Transporter. Und in dem Bereich sind wir keiner Strahlung ausgesetzt. Kann man jetzt hier irgendwas machen? Na, okay. Jetzt schauen wir mal, was wir noch für... Berühre die unbekannte Substanz. Ich empfehle die Durchführung einer Gefahreneinschätzung. Ich empfehle die Substanz nur in ihrem inaktiven Zustand zu berühren. Ja, aber hier ist ja alles aktiv. Dahinten ist noch was inaktives. Okay, hier können wir... Hier können wir was machen. Eine faserige Struktur. Sie scheint mein Exoskelett nicht zu beschädigen. Scheint sicher zu sein, sie zu berühren. Zumindest in ihrem inaktiven Zustand. Interaktion gespeichert. Untersuchung abgeschlossen. Speichere alle Beobachtungen der Biomasse unter der Überschrift... Boah, da haben wir richtig gut Schaden gekriegt. In Ordnung. Echo One. Die Langstreckenscanner haben Captain Rhodes Fury-Transporter entdeckt. Das Signal kommt aus dem Inneren des unbekannten Schiffs. Verstanden. Leg einen Kurs fest. Bestätigt. Fury-Transporter ist abflugbereit. Ja, wir müssen uns erst nochmal aufladen. Okay. Lifts-Transporter sendet ein Signal aus dem Inneren des Schiffs. Dann wollen wir mal da hin, oder? Wähle dein Ziel. Ziel Fury-Transporter FR-103. Bereite Zündung der Schubdösen vor. Bitte warten. Hera, bring uns an die Steuerbordseite. Scanne den Rumpf nach charakteristischen Eigenschaften oder Markierungen. Bestätigt. Die Station hat es aber ganz gut zerrissen. Überall sind Teile. Und da auch. Aber das Schiff hat auch gut Schaden genommen. Was für ein cooles Gefühl. Oh, diese Größen-Proportionen, die stimmt jetzt hier. Also, man fühlt sich hier mega klein. Höchliche Markierungen auf dem Rumpf entdeckt. Halte hier. Ich möchte mir den Scheinwerfer des Joris mal genauer ansehen. Markierungen entdeckt. Wo sind Markierungen? Unbekannte Markierungen. Ich habe Angst loszulassen. Hm. Hera, könnte das eine Art von Schriftsystem sein? Vergleiche mit allen bekannten schriftlichen Kommunikationssystemen in Atlas Interplanetarischer Datenbank. Keine Einträge gefunden. Erstelle eine Tabelle für die lexitalische Analyse. Das Scheinwerfer funktioniert ein bisschen hakelig, finde ich. Kommt ein bisschen smoother sein. Wähle dein Ziel. Energie. Mavcon. Unsere Hülle sieht auch nicht mehr so ganz frisch aus. Aber da sind auch überall diese Bucherungen. Hier haben auch das ganze Schiff erobert scheinbar. Warnung, der Weg ist versperrt. Suche nach einer alternativen Route. Sackgasse. Ich kann den Fury scheinbar verwenden, damit Hera einen Weg findet. Ersperrter Weg. Euer Weg. Da, dieser Weg scheint frei zu sein. Kannst du das bestätigen? Bestätigt. Dieser Weg wird kein leichter sein. Festgelegt. Gib Bescheid, wenn es weitergehen soll. Er soll weitergehen. Wähle dein Ziel. Ziemlich dunkel hier. Hera lotzt uns hier gut durch. War kein Scheiß, Hera. Annäherungsalarm auf Zusammenstoß vorbereiten. Hera hat doch Scheiße gemacht. Aber hier sind jetzt keine Roboter oder so. Menschen. Nur diese Bucherungen überall. Da geht es bestimmt weiter. Komische Geräusche nimmt man hier schon mal wahr irgendwie. Boah, eine Riesenhalle. Okay, die Geräusche werden seltsamer. Okay, fliegen wir jetzt da in die Klappe oder machen wir jetzt einen Schlenker nach links? Okay. Hera, gib mir eine Analyse des Schiffs. Aufbau, Konstruktion. Irgendwas, das helfen könnte, seine Herkunft zu bestimmen? Bestätigt. Bitte warten. Die allgemeine Konfiguration des Schiffs ist in den Atlas-Datenbanken nicht enthalten. Okay, man hört. Gar nichts mehr. Hera. Hera, hörst du mich? Das Schiff muss unsere Kommunikation stören. Das ist nicht gut. Lifts Signal kommt irgendwo aus der Nähe. Ich sollte mich hier mal umsehen. Oh, da oben ist der Fury-Transporter von ihr. Okay. Was haben wir hier noch? Suche in der Umgebung nach Lifts oder nach Indizien. Über ihren... Oh. Okay, wir hauen uns jetzt nochmal das Schild voll. Das ist... Ich glaube, wir haben sogar 100%. Okay, dann fliegen wir jetzt mal hoch. Okay, hier sind wir noch geschützt, zumgleich aber nicht mehr. Das Schiff ist stark verstrahlt. Wenn ich dieses Dämpfungsfeld nicht bald wieder aktiviere, wird meine Hardware beschädigt. Das hat sich bestimmt abgeschaltet, um Strom zu sparen. Das heißt, Lif war vor Stunden hier. Das sollte mich vor der Strahlung schützen. Okay, das... Lif muss damit einen Weg hineingefunden haben. Eine Notfallbarke? Eine Notfallbarke. Ich sollte sie scannen. Vielleicht hat Lif eine Nachricht hinterlassen. An alle, die diese Nachricht empfangen. Hier spricht Captain Olivia Rhodes. Alter, die Geräusche. Ich lebe. Zumindest vorerst noch. Die Lebenserhaltung von Kronos 2 wurde beschädigt. Und ich hatte keine andere Wahl, als auf diesem... Unbekannten Schiff Zuflucht zu suchen. Wenn Sie das empfangen, Titan Command, schicken Sie bitte so schnell wie möglich Hilfe. Hier ist alles stark verstrahlt und... Scheiße, ich kann hier nicht bleiben. Vielleicht komme ich rein. Okay, Captain Rhodes, Ende. Ja, Lif ist reingegangen. Und wir müssen jetzt auch einen Weg reinfinden. Da sieht es aus, als ob er offen wäre. Wir checken aber mal kurz da. Weil da Pfeile sind. Eigenartig. Vielleicht eine Steuerungskonsole. Ja. Eine Luftschleuse. Allerdings scheint sie offline zu sein. Okay, dann werden wir uns jetzt mal nach da hinten begeben. Ja, wo es scheinbar offen war. Der Rumpf ist hier beschädigt. Eventuell könnte ich mir einen Weg hinein freischneiden. Okay, ja, das können wir auch probieren. Nein, falscher. Jetzt kommt hier ein Alien angesprungen. Zum Glück ist das kein Horrorspiel. Okay, ist eigentlich alles weg. Boah. Licht habe ich an, okay. Das sieht wie eine Art Wartuskanal aus. Von hier kann ich vielleicht den Strom für diesen Abschnitt wieder einschalten. Okay, wir kriegen keinen Schaden. Das müssen wir untersuchen. Das sieht wie eine Notstromversorgung aus. Aufgrund der Biomasse ist sie aber nicht mehr funktionsfähig. Okay, die Klappe, okay. Aber reicht das, wenn da irgendwie eine drin ist oder zwei? Okay, scheint irgendwie schädig zu sein. Keine Ahnung, warum. Ein Speicher für ionische Flüssigkeit. Geladener Kontaktpunkt. Wahrscheinlich eine Art Energiezelle. Okay, Energiezelle. Aber die sieht jetzt ja nicht leer aus, ne? Kann man diese Scheiße da wegbrennen? Nee, immer auch nicht, okay. Hast noch eine Energiezelle? Okay. Okay. Also, das geht nicht mehr. Wir müssen die mal mitnehmen. Ich glaube, da führt ein Weg lang, ne? Da nicht, ne? Okay. Oh, nix berühren. Nix berühren, nix berühren, nix berühren. Guck mal da, da ist doch was. Nein. Energiezelle eingesetzt. Jetzt muss ich den Rest austauschen. Tauschen wir jetzt aus. Mal schauen, was dann passiert. Oh, wir haben wieder Licht. Jetzt würde die Luftschleuse hochfahren. Wenn sie funktioniert, ist das mein Weg hinein. Okay, jetzt gehen wir hier raus. Schauen wir mal. Scheint ihr das Energie zu haben, Natal? Die Steuerung ist jetzt mit Strom versorgt, aber ich bin nicht mit dem holographischen Interface vertraut. Holographische Steuerung. Faszinierend. Okay, man muss jetzt immer hier diese Zahnräder zusammenführen. Das kenne ich von damals noch. Wenn Liv hier war, ist sie vielleicht noch in Reichweite meines Kommunikators. Liv, hörst du mich? Olivia, bist du da? Immer noch gestört. Keine Ahnung, ja. Keine Wahl, als erst mal ihrer Spur zu folgen. Die Kabine steht unter Druck, aber die Luft kann man nicht atmen. Könnte das die Biomasse sein? Könnte sie kontaminiert sein? Da ist was. Ich kann Strom daraus abziehen und, falls nötig, meinen Strahlungsschild wieder auffüllen. Ich stelle eine Ladung in diesem Gerät fest, die dem des Induktionspanels der Kronos 2 ähnelt. Vielleicht kann ich es zum Aufladen verwenden. Okay, ja, habe ich ja schon gemacht. Da kann man ein Schild aufladen. Das läuft so ähnlich wie bei den Notfallverteilern auf der Kronos 2. Vielleicht kann ich ja die Stromzufuhr umleiten. Aber vorher muss ich diese Abdeckung abschneiden. Die hier angezeigten Daten passen zu keinen in meiner Datenbank enthaltenen Codes oder Sprachen. Wie, da ist jetzt da oben was? Also kann man wahrscheinlich immer sich aussuchen, wo der Strom hingehen soll? Scheint, als könnte ich hier auf die Infrastruktur des Schiffs zugreifen. Lüftungssteuerung. Aber hier kann ich nichts machen, ne? Die Tür wird von der Biomasse versperrt. Ich muss einen anderen Weg finden. Ja, wahrscheinlich durch die Lüftung. Aber wie kriegen wir die jetzt auch? Umverteilter. Schauen wir uns das mal an. Vorwärts da irgendwo. Diese Steuerung könnte mit den Kapseln an der Wand verbunden sein. Ein großes Fach, ungefähr in Form eines Humanoiden. Das könnte eine Art Durchgangsraum sein. EVA-Kapsel. Ach, schon wieder vorbei. Okay, ein kompletter Monitor, Bildschirm. Bringt uns aber nicht weiter. Jetzt kommen wir in die Luftschleuse. Diese Sporen könnten den Sauerstoff kontaminiert haben. Die Spore ist beim Kontakt mit meinem Cutter explodiert. Vielleicht kann ich ein Teil der Kontaminierung beseitigen. Okay. Wir dürfen hier auf keinen Fall berühren, die Dinger. Sterben alle! Großflächige Biokontamination. Ich sollte vorsichtig sein. Oh, die fliegen hier überall rum, die Dinger. Okay. Oh, man fühlt sich schon hier nicht so ganz sicher. Die Biomasse dort wurde inaktiv, als der Strom ausfiel. Sie scheint direkt mit dem Stromrechts des Schiffs verbunden zu sein. Dieser Shot ist verschlossen. Vielleicht kann ich mich in durchschneiden, um an den Schließmechanismus zu kommen. Oh, man muss jetzt echt aufpassen, wo man hier was anfasst, wo man mit dem Kopf gegenkommt. Schließmechanismus freigegeben. Jetzt kann ich die Tür aufstemmen. Okay. Boah, ist das... Das ist echt viel. Irgendwas hat den Rumpf durchschlagen. Boah, die sind ja am Pulsieren, die Dinger. Das Ding scheint Sporen in die Luftversorgung abzugeben. Vielleicht eine Biowaffe? Diese Spuren explodieren bei Kontakt. Sie verbrauchen mein Strahlensschild im Leben, wenn ich ihnen nicht aus dem Weg gehe. Von hier aus komme ich zurück in die Hauptkabine. Was gut. Sehr gut. So, viel Schaden haben wir jetzt nicht genommen, aber ein bisschen auf jeden Fall. Hau ab, du scheiß Spore. Niemand mag Sporen. Sprengkörper. Oder Kapseln. Seltsam. Diese Sprengköpfe entsprechen nichts in meiner Datenbank. Was ist da? Wow. Was ist das? Ich check jetzt erstmal, was da drin ist. Da kann man doch irgendwie... Seltsam. Hier war doch gerade was. Okay. Induktionspanel. Okay, wir kriegen hier einen Schaden. Ich weiß natürlich nicht, wo ich jetzt hin muss. Guck mal, da wo der Pfeil ist. Dieser Bereich ist stark verstrahlt. Oh, mit meinem Scanner sollte ich einen Weg finden können. Eine der Türen hier wird noch mit Energie versorgt. Elektrische Relais-Anker. Der Lademechanismus der Waffe. Ein Aktionspanel. So, können wir den ganzen Wegen uns ein bisschen entgegenwirken. Ah, der hat... Hier ist auch super. Strahlungsniveau fällt. Die Sprengköpfe hier scheinen nicht scharf zu sein. Da leuchtet was. Wow. Das ist krass. Also ohne die Teile hier könnte das auch eine Wasserrutsche sein. Aber das würde ein Lüftungsschacht sein. Das ist so cool hier in Feuer rumzufliegen. Wohin? Da. Da ist ein Stromverteiler. Man kann auch Tennis spielen. Gut zu wissen. Ich weiß nicht, wo... Das ist wieder ein Monitor. Das führt nirgendwo hin, also... Ist das schon richtig? Wow. Ja, ist klar. Also hier sind wir noch nicht genug. Oh je. Wir müssen hier weg. Wir müssen ganz schnell weg. Das ist eine Notfallbarke. Aber da kommen wir jetzt gar nicht hin, oder? Okay, weiter. Das ist eine Lüftungsschleuse. Das ist eine Lüftungsschleuse. Was? Das ist wieder? Wieder weg, okay. Na komm, komm, komm. Oh je. Tja, das war abstoßend. Die Zysten scheinen auf externe Stromquellen zu reagieren. Genau wie die Biomasse. Nur dass die Reaktion feindseliger ist. Nur um ihnen aus dem Weg zu gehen. Oh, jawohl. Da soll man nicht unbedingt hin. Hier sind aber auch viele unterwegs. Okay, komm. Nein, nein, nein. Ich habe was berührt. Wir haben noch einen Körper. Oh, das ist super. Eine Pistole wäre mir ja lieber. Ich habe eben nicht mehr die Kurve gekriegt. Dann habe ich so ein Scheißding errichtet. Da ist eine Energiezelle. Vielleicht brauchen wir die gleich. Boah, die schubsen einen ja richtig. Okay. Okay. So, das ist der richtige Weg. Oh, lo, fangen wir gerade wieder zurück. Okay. Nee, das ist richtig. Wir waren gerade von der anderen Seite. Okay, die scannen wir jetzt noch. Schauen wir, was Olivia sagt. Hier spricht Captain Olivia Rhodes. Ich lasse diese Barke zurück. In der Hoffnung, dass sie jemand findet. Bisher habe ich, bis auf den biologischen Schadstoff in der Luft, keine Anzeichen für die Luft. Das schließt menschliches und zerirdisches Leben ein. Das ist so, was ich überhaupt sage. Aber die Technologie an Bord entspricht weder der von Atlas noch der der USN. Also muss ich das wohl in Betracht ziehen. Aber wessen Schiff das auch ist, sie... sie sind längst fort. Irgendwas muss vorgefallen sein, sodass eine Evakuierung nötig wurde. Ich muss jetzt an... überleben denken. Denn die Luft ist verseucht und der Kontakt zur Titan Command ist abgerissen. Finde ich keine Luftquelle, bevor mein Sauerstoff verbraucht ist. hat die Sache erledigt. Captain Rhodes. Ende der Aufzeichnung. Hoffentlich nicht meine letzte. Ja, Leute, wir haben es gehört. Olivia braucht Sauerstoff, die hustet die ganze Zeit. Also wir müssen die unbedingt finden. Ich würde aber sagen, wir beenden jetzt hier erstmal die Folge. Wir werden die auf jeden Fall in der nächsten Folge finden. Hoffe ich mal. Aber schon echt genial. Und auch beängstigend, wenn man diese scheiß Wucherungen hier sieht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Falls ihr noch kein Abo gegeben habt, haut doch mal auf den Abo-Button. Ja, danke schön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.